Willkommen zurück zu Splatoon 3 let's go, komm, ja, okay, dann färben wir wieder ein bisschen ein, ich bin gegen Team Reiss, ich habe einmal verloren gegen Team Reiss, zweimal habe ich gewonnen, einmal gegen Reiss, einmal gegen Nudel, ja, also ich hatte beide Gegner schon, aber von viermal bis jetzt dreimal Reiss, komm, oh ja, komm, ja, komm, sind auch Rass, dabei oder nicht, das weiß ich halt nicht, komm, ja, komm, ja, schade, schade, aber okay, vielleicht nochmal da rüber, let's go, komm, ja, hey, wer ist denn da unterwegs, ja, machen wir, wenn wir wieder drauf gehen, komm, dann hier noch umfärben, sieht aktuell gar nicht gut aus, aber kriegen wir schon irgendwie hin, komm, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, dann weiter, ja, und hier hinten noch, ja, okay, weiter, dann schauen wir, dass wir da gut vorankommen, nein, okay, ja, ich hätte ihn sogar bekommen, ja, hätte ich gar nicht runterspringen müssen, wie gesagt, aber, okay, komm, weiter, ja, weiter, weiter, dann hier, dann gehen wir hier entlang, komm, oder auch nicht, komm, let's go, dann da hoch, komm, wo ist der, ja, der ist irgendwo hier, ja, ganz toll, vielleicht gehe ich ein bisschen nach oben, dann komme ich ein bisschen besser ran, komm, ja, hier haben wir auch nicht gefärbt, komm, let's go, machen wir mal, ja, wir färben die auch direkt wieder um, was wir, was verlieren ist, denke ich mal, klar, komm, ja, dann hier noch färben, dass wir da noch ein bisschen was mitnehmen, hop, hop, komm, ja, einfach, dass wir da noch den ein oder anderen Prozent mitnehmen können, komm, komm, bitte, ja, schade, ja, aber sieht jetzt wieder besser aus, vielleicht haben wir es sogar gedreht, das wäre sehr stark, schauen wir mal, warten wir ab, sieht aber gar nicht schlecht aus, ja, na, da haben wir es nochmal ordentlich gedreht, ist am Ende sogar deutlicher als erwartet, damit steht es, drei Siege, eine Niederlage, drei Siege, eine Niederlage, das ist sehr gut, dann bis gleich, let's go, jetzt haben wir die anderen wieder, mit diesem schierchen Grün, aber okay, ist okay, komm, machen wir die auch mal wieder, hop, komm, ja, ja, sehr gut, komm, ne, vom fünf spielen, dreimal jetzt Reis, zweimal Nudel, ist okay, komm, nein, 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 komm her, komm, renn rein, renn rein, komm, ja, ich habe, wir haben uns gegenseitig bekommen, gut, wir haben hier noch gar nicht gründlich gefärbt, das sollten wir auch nochmal machen, dass wir auch wieder ein paar Prozent überkriegen können, komm, ja, von hier, weiter, komm, hier das Eck, da, mal schön gründlich färben da hinten, mal ein bisschen was haben sie eh schon gemacht, dann mache ich noch die leeren Flächen hier, wo noch nichts getan ist, ab, komm, ja, warte mal, dann hier rüber, jetzt kommen wir das so, dann so, ja, und weiter hier, und hier hoch, komm, dann, hier runter, let's go, ja, da kommen auch schon die Gegner, ist ganz okay, und hier, let's go, weiter, komm, ja, komm, schade, hop, 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 komm, ah, schade, ja, haben wir, sehr gut vom Teamkollegen, komm, dann färben wir hier wieder um, das ist auch immer wichtig, komm, let's go, komm, ja, hop, komm, ja, dann weiter, 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 hop, hop, dann, können wir da noch ein bisschen was, umfärben, ich bräuchte gerade nur Teamkollegen, ja, haben wir hier schon mal wieder zurückgefärbt, na, warte, da kommt wieder einer, komm, komm her, schade, da kommen sogar zwei, na, komm her, oder sind jetzt sogar drei, ja, warte, nein, dann lass, hier nochmal, bisschen umfärben, bringt auch nochmal, bisschen was, aber, allzuviel bringt es nicht, ja, dann sind wir wieder bei, drei, zwei, ja, könnte besser sein, könnte tatsächlich besser sein, aber okay, aber jetzt nicht so gut die Runde, die war echt nicht gut, let's go, also man findet immer gut Gegner, das klappt schon mal sehr gut, auch kein einziges Mirror Match, das ist auch sehr gut, komm, komm her, ja, ich hab ihn, sehr gut, wichtig, hopp, direkt umfärben, hopp, ja, dann färben wir hier wieder um, komm her, schade, hopp, 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 ja, weiter, let's go, dann hier, hopp, hopp, und hopp, dann geht's weiter, dann gehen wir mal nach vorne, haben da sicherlich auch gut voran, dann schauen wir, ja, nein, ja, schade, schade, komm, ja, mhm, runter, dann schauen wir da noch, ja, ja, da haben wir auch viel Fläche, nicht gefärbt, aber okay, kriegen wir schon hin, komm, da können wir uns noch ein paar Prozent, holen, das können wir alles umfärben, komm, ja, da wieder der Roller, müssen wir aufpassen, dass wir da nicht reingeraten, warte, wir setzen mal die Freikracher, komm, ja, dann setzen wir die mal, aber wir müssen die Gegner irgendwie, zurückhalten, hier die Prozent holen, die wir noch holen können, vor allem da, wo noch nicht gefärbt ist, komm, ja, bleib mal hier, nein, ja, toll, ja, ganz toll, hopp, hopp, dann verteil noch mal, ja, ist okay, sind noch mal, ein paar Prozent, hopp, komm, ja, weiter, komm, let's go, komm, krieg ich den, ja, leider nicht, ja, ja, schade, wär halt wichtig gewesen, aber okay, ja, dann mach ich hier noch mal die paar Prozent, die uns sicher sind, nachher müssen wir sowieso umfärben wieder, ja, halt, so viel Zeit haben wir nicht mehr, hopp, ja, dann, hopp, hopp, komm, ja, dann komm, let's go, ja, fährt mal hier um, das ist was, was wir auf jeden Fall noch, halten können, hopp, ja, aber sieht nicht gut aus, let's go, den einen hab ich, ja, hopp, hopp, komm, ja, na, bisschen was konnten wir, am Ende noch machen, schauen wir mal, ob es gereicht hat, ja, wobei, könnte, ja, hat am Ende doch gereicht, dann liegt man bei 4 Siegen, 2 Niederlagen, ist ne gute Bilanz, nehm ich auf jeden Fall so wie es ist, ist gar nicht schlecht, gut, leider, hoffe er hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, euer Rotschlumpf, tschüss, bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal,